Danke für die Teilnahme an der heutigen Präsentation. Dieses Video ist Teil einer Serie einführender Lernvideos, die geschaffen wurden, um einige der besten Features von TimeSensorLin zu zeigen. In dieser zehnteiligen Serie baut jedes Lernvideo auf das vorhergehende auf. Wir empfehlen deshalb, jede Präsentation in der Reihenfolge, in der sie erschert wurde, wenigstens einmal durchzusehen. Wir haben ein Demoszenario mit einer kleinen Kanzlei mit nur wenigen Mitarbeitern vorbereitet. Natürlich können Sie TimeSensorLegal genauso gut in viel größeren Unternehmen einsetzen. Lassen Sie uns loslegen! Wir haben Erna im letzten Video verlassen, nachdem sie die Adresse des neuen Klienten Darren Yen erfasst hat. Simon hatte diesen Klienten für die Kanzlei gewinnen können. Nun gilt es für den neuen Klienten ein Mandat anzulegen. Sobald das Mandat eröffnet ist, können andere Mitarbeiter der Kanzlei beginnen, für dieses Mandat zu arbeiten. Das Dossier von Darren Yen ist immer noch geöffnet. Um das Mandat anzulegen, klickt Erna zunächst auf den Tab Mandate. Erna wurde von Michael bereits instruiert und sie weiß, dass es sich um ein Entscheidungsmandat handelt. Sie klickt auf den kleinen runden Plus-Button hier, um ein neues Mandat zu eröffnen. Sie muss dem Fall zunächst einen Namen geben. In unserem Szenario wird Erna die Fallbezeichnung, wie von TimeSensorLegal vorgeschlagen, übernehmen. Im Feld Kurzbeschreibung gibt Erna ein Yen gegen Yen Kramer. Sie wählt Scheidung aus dem Aktionsmenü, was vor allem statistische Bedeutung hat. Später im Bereich Statistik können wir auswerten, welche Kategorien von Fällen zu welchen Umsätzen geführt haben und weitere interessante Daten finden. Das Mandat hat einen Gegenstandswert von 200.000 Euro. Der Status des Mandats ist aktiv. Wir haben einen Mandatsführer, Michael. Er ist für das Mandat verantwortlich. Schließlich haben wir Simon als Akquisiteur. Er hat den neuen Klienten für die Kanzlei gewonnen. Auch das kann später im Bereich Statistik ausgewertet werden. Das Feld Mandatsdetails hat Platz für weitere Informationen zu diesem Mandat. Im Feld Aktenstandort kann erfasst werden, wo die physischen Akten zu diesem Fall gelagert sind. Nicht zuletzt bei archivierten Mandaten eine wichtige Information. Schließlich haben wir im unteren Bereich des Fensters alle Adressen, die mit diesem Mandat verbunden sind. Erna öffnet also das Selektorenfenster, welches einfach eine andere Sicht auf die in TimeSensorLegal erfassten Adressen ermöglicht. Und sie beginnt, alle Adressen, die zu diesem Mandat eine Beziehung haben, zu verbinden. Natürlich gibt es in unserem Mandat eine Gegenpartei, eine Frau Yen Kramer. Erna sucht Frau Yen Kramers Datensatz, welcher bereits im System erfasst ist. Um die Adresse mit dem Mandat zu verbinden, schiebt sie lediglich den Datensatz durch Drag & Drop auf das Mandat. TimeSensorLegal fragt nun, wie diese Beziehung definiert ist. In unserem Fall ist Erin Yen der Klient und Clara Yen Kramer die Gegenpartei. Wir wissen, dass Frau Yen Kramer auch einen Anwalt engagiert hat. Deshalb verbinden wir auch diesen mit dem Mandat. Dies ist der Anwalt von Frau Yen Kramer. Erna schiebt auch diesen Datensatz einfach zum Mandat und verknüpft ihn als Anwalt gegen Partei. Auch die zuständige Behörde können wir erfassen. Für Deutschland sind alle Gerichtsdaten hinterlegt und TimeSensorLegal schlägt eine zuständige Behörde vor. Dann zieht Erna lediglich mit der Maus das zuständige Gericht zum Mandat und definiert die Beziehung. Okay, nun sind alle Adressen mit dem neuen Mandat verknüpft. Dies beschließt das zweite Video unserer Serie. Wir hoffen, dass Ihnen diese kurze Einführung in TimeSensorLegal gefallen hat. Wir beabsichtigen diese Videos kurz, interessant und leicht verständlich zu gestalten. Im nächsten Video werden wir Erna, der Sekretärin, weiter folgen. Sie wird das neue Mandat fertig einrichten, damit anschließend die anderen Mitarbeiter mit der Bearbeitung des Falls beginnen können. Auf Wiedersehen! Wir treffen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.